Darf ich vorstellen? Dieser weiße Herzensbrecher ist Kaspar. Kaspar konnte aus der Ukraine gerettet werden, nachdem ihn seine Besitzer auf der Straße zurücklassen mussten. Der kleine Mann ist sehr verschmust und immer auf der Suche nach Streicheleinheiten und Liebe. Er lässt sich bürsten, was leider bei seinem Fell notwendig ist, damit es nicht verfilzt. Er geht für sein Leben gerne spazieren und spielt mit Menschen und anderen Hunden. Kaspar ist ein richtiger Sonnenschein, dem man nicht lange böse sein kann. Das muss man aber auch nicht, denn er stellt nichts an. Er hat noch nichts kaputt gemacht, bleibt alleine mit seinen Artgenossen und verhält sich lieb. Natürlich kann und kennt er noch nicht viel, das muss noch geübt werden. Er ist erst seit kurzem in Deutschland und dafür macht er sich richtig gut. Kaspar hält sich gerne im Garten auf, also würden wir uns in seinem neuen Zuhause auch einen Garten wünschen. Das ist aber kein absolutes Muss. Wir hoffen einfach, dass sich die perfekte Familie findet, die bereit ist, Kaspar eine Zukunft und ein schönes Leben zu bieten. Eine Zukunft Eine Zukunft Eine Zukunft